Mehr Bandlife-Outfit-Ideen ist gar kein Problem. Heute ziehe ich eine Jeans an und Freunde. Ich liebe es, dass diese Jeans Taschen hat. Ich habe so viele Hosen, die einfach keine Taschen haben. Und wirklich, das ist so unpraktisch beim Bandlife. Dazu super basic, einfach ein weißes Langarm-Shirt. Das geht irgendwie immer. Ich habe davon haufenweise im Kleiderschrank. Und als Jacke einfach dieses Chanel-Hemd von Rico. Das coolste ist, wenn man einen Freund hat mit dem gleichen Kleidergeschmack. Man kann sich einfach alles teilen. Dazu noch diese kleine Umhängetasche. Und wir haben heute 18 Grad und Sonne. Also würde ich sagen, das Outfit geht so fit. Ciao!